es ist wieder kraftweg zeit ich hab bock ihr habt bock wir haben viel vor wir müssen viel an content farmen ist so geil ist so geil es wird so geil oder es geht los wie wir anrufen wie es verloren 17 15 ok 50 feuer egal egal mir doch egal mir egal wir haben hier mango jetzt geht los kraft detect 12 ja auch alle da oder so auf schöne zwei monate jeden tag achte schon mal schafft ja klar oder drei tage der angelheimer ich war nur auf meinem privaten server was machen wir denn jetzt sind wir hier wir stehen ja gut das machen wir hat uns gehört eine ganze spalte eigentlich youtube deutschland ist auf dem server dr bank paluten wir müssen leften das reicht oder es wird so krank hier was machen wir wo gehen wir hin gehen wir irgendwo gehen wir leute suchen geben den treten maluten was der plan ist der glücklich dass wir die kriegen vier stunden saturation das alles wollen ja ihr seid lustig aber ihr kommt da schnell hin oder nicht also 12 karotten muss reichen okay machen wir so macht passwort sie macht sieben ich bin da treffen am spawn glaube ich Wir holen uns den Spawning, müssen wir unsere Rüstung ausziehen? Nee, das muss nicht authentisch sein, alles gut. Wir sind einfach reich. Die Gesellschaft ist ungerecht. Wir müssen noch die Lautstärke einstellen, aber gerade ist es okay, oder? Top 10 nervigste Sachen, jetzt von jedem die Lautstärke einzustellen. Oh mein Gott, ja, auch gerade gesagt. Ja, ja. Test, Test, 1, 2, 3, ist gut. Dürfen sich gut an, ja. Boah, ja, okay, Merle ist auf minus 2000. Könnt ihr mal, drückt mal bitte Tab. Gänsehaut. Das ist unser Server. Hallo. Hallo. Also Spawn oder was? Ja. Oder Spawn rennt schnell. Ich will Romatra sehen, ich will Romatra's geilen Schnauzer richtig doll abküssen. Dann kolossales Liegewie muss gleich, oder? Ich hab kein Bett, aber ich hab auch kein Bett. Okay, okay. Und ein kolossales Liegewie, das Erste. Es schnappt nur 3, es schnappt nur 3. Okay, okay, gut. Okay, gut, Leute, das war nicht super klinisch. Ich lieg gar nicht. Warum schlafen wir, warum schlafen wir, warum ist immer noch da, also? Let's go. Wasch und wasch und T-Pet. Digga, Hugo, du bist nicht T-Pet. Hä? Jemand, weißt du, was wird T-Pet? Ich weiß nicht. Bruder. Nein! Wir müssen laufen. Achso, okay. Jemand, weißt du, ich weiß nicht. Wirklich, mittlerweile Craft-Tex 12-Tex auch so ein bisschen anderer Status. Ich laufe nicht mehr selber. Ich will T-Pet, ich will T-Pet. Was? Ich schnauze, was? Hä? Sorry. T-P bitte. Ich will Angst, T-Pet. Warte mal. Hey, was? Hä? Hä? Ich lasse dich nicht dahinschieben. Fiti. Ziradler. Hä? Ich bin doch T-Pet. Oder ich kann nicht mehr. Ich bin doch T-Pet. Ich will nicht. Digga, hä? Ich werde jeden Blot selber machen. Digga, ich versteh dich nicht. Ich versteh dich nicht. Du musst lauter reden. Ich hab auch zu viele Stimmen. Alles gut, Digga. Alles gut. Ich hab mich vermisst. Die Stimmen werden lauter. Max, man hört dich nicht. Träumig! Doch, man hört mich. Digga, du hast das falsche Mike. Oh mein Gott. Digga, du bist mit dem Handset Mike. Digga, falsche Mike. Digga, pop mal Platte! Pop mal Platte! Pop mal Platte! Pop mal Platte! Kaffel Teller! Bitte! Huru, mach ein Bild von uns, bitte! Mach ein Bild! Jetzt? Leute, ich bin gleich tot. Schiff mal, hat jemand was zu essen? Hier, hier. Riegel, live! Riegel, live! Nee, chill! Das war doch geil. Es regnet immer nicht nach. Ich wollte was zu essen, Leute. Digi! Hier, nimm alles! Ich hab jetzt schon Kopfschmerzen. Ja? Wie früher, wenig versorgt uns das. Weißt du, was du machen wolltest? Du musst einfach deine Voice Amplification hochdrehen und dann mal reden. Ich kann dich nicht hören! Ohhhh! Komm, einer war hier zur Mitte! Hallo, kann man mich jetzt besser verstehen? Ohhhh! 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 Was ist hier mit dem Phantom los? Wo ist Henke? Wo ist Henke? Wo ist Henke? Wo ist Henke? Henke, mach mal was! Zu schlecht darfst du essen? Henke, du bist nicht der Kameramann! Henke, mach mal was! Hehehehe! 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 Trug und Dauereinsatz jetzt, komm! Bruder! Ich hab jetzt nen Trauma! Nicer Drip! Einmal kurz lächeln! Hormogar Royal TS! Hormogar Royal TS! Hormogar Royal TS! Oh Gott! Hormogar Royal TS! Hormogar Royal TS! TTS! Just give me my money! TTS! Hey! Just give me my money! Okay, Hugo, mach Start wieder! Okay, ich mach Start jetzt! Ist das okay? Ja, Hugo. Können wir ne World Border haben? Hugo, für wen war das Herz? Mir wurde Sättigung versprochen. Für wen das Herz ist. Das kommt gleich. Das ist meine Schalker-Sound. Das ist meine Schalker. Leise, 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 Leute. Das ist meine Schalker. Leise, 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 leise. Der war einfach ein Schalker, ein Quinch. Leise, 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 leise. Leute, Hugo muss Start machen. Leise, jetzt. Ist so laut. Alle muten, alle muten. Wollen wir mal alle runterzählen zum Start irgendwie? Nein. Hugo macht das. Hugo macht das. Drei, zwei, eins. Was gibt! Ab Meine Freunde, willkommen zu Krampfstack 12! Wir haben das alles schon mal offline gemacht, wir machen das grad zum zweiten Mal. Warum? Oh, Fucklatt! Ich hab sie nicht gesehen. Ich hab sie nicht gesehen. Und jetzt klatschen wir Fabio. Hey Stegi! Sorry, ich hab sie nicht gesehen. Für deine erste Grafekarte! Ich hab alles. Ich wohn doch bei Nuriaks. Achso! Geht das? Es war ein Versuch weg. Äh, ja. Das stimmt nicht! Ich hab dich immer mit dem Arsch angeguckt! Wir müssen irgendwo hin, wo wir entspannt reden können. Ich hör 10 Leute reden. Das ist ja wohl ne Frechheit! Warum machst du überhaupt schon ne Rüstung? Ich wohne doch bei Nuriaks. Wir tun uns zusammen. Wie ist das denn jetzt gekommen? Ja, weil... Genau, ich hab ihn angerufen. Weil, ähm... Das ist... Dann haben wir leichter als beide. Dann brauchen wir nicht beide ne Eisenfarm, beide ne Holzfarm. Weißt du? Ja, ja. Er macht ja mit Spannschluss! Gut, dann war ich dieses Jahr auch alleine. Okay, gut. Okay, dann zeig mal, wo das ist, Nuriaks. Okay, komm mit! Nachts! Nachts ist ja scheiße. Keine Sorge! Pass auf, Digga! Geil! Okay, du musst... Ganz oft... Led hast du drücken gleich. Und das ist ne Lytra. Schaffst du das? Komm mit, komm mit! Spring, spring, spring! Und Led hast du? Ja, super! Digga, das hat sich grad angefühlt, als ob du mit Spark-Schutz gemacht hast. Nein! Das war richtig, die Luft... Wir... Wir hatten keine Nach... Wir waren... Wir waren keine Base, wir waren nur Nachbarn. Ich bring dich zu uns. Warte, du musst über mir... Du kannst jetzt hoch gucken und F drücken. Guck ganz hoch und drück F. Schön. Oh mein Gott. Und jetzt weiter in die Richtung, ja? Weiter in die Richtung einfach. Weiter in die Richtung. Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Ich bin hinter dir. Ich seh dich nicht. Ich bin hinter dir! Flieg ich noch richtig? Du fliegst noch richtig. Jetzt... Irgendwann müsste ein Dorf unter dir kommen. Ich seh dich nicht mehr. Wo bist du? Ich bin... Hier, hier, in die Richtung, in die Richtung wachst. Ich seh dich, ich seh dich. Und komm hier, hier lang, hier lang. Du bist richtig. Ich seh dich, ich seh dich. Ähm... Haben wir irgendwo eine Map, wo wer ist? Ja, ja, haben wir, haben wir, haben wir. Ich zeig dir, ich zeig dir so krass wie... Spark ist auch neben uns. Wir sind echt nah bei Spark sogar. Ach so, geil. So. Herzlich willkommen in der vorzeitigen GHG-Basis. Komm mal mit. Hier sind... Hier passiert so. Brauchst du bisschen Essen? Hier, komm. Kumpel, hier hinter dir Essen. Kumpel. Hallo, hörst du mich? Sprint ich gerade? Ja, ja, hier, hier. Hier liegt Essen. Hier. Max, Max, musst du das aufheben? Alter! Hier haben wir so... Hier bauen wir jetzt am Anfang... Hier machen wir... Da ist auch Paluten! Da ist Rumatra. Wer ist hier alles? Wollen wir direkt mal mit Paluten reden gehen? Ja, wie geht das? Warte. Warte. Einfach raus aus der Gruppe? Ne, 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 warte, ich hole ihn zu uns. Dann hören wir nicht andere Stimmen. Aber erst mal, erst mal... Wir bauen ein kleines Schloss und wir bauen vor sein Schloss was. Ja, wir sind so in der Nähe, so mäßig. Aber hier erst mal... Hier equippen wir uns. Hier haben wir so... Kommen wir hier runter? Wir haben... Village... Habt ihr schon gespielt? Also Leute, ihr dürftet offline spielen, aber noch keine Videos. Wir haben hier Village Hall. Was? Alles schon fertig. Alles schon gemacht. Wann das denn? Und jetzt machen wir das, was wir immer machen wollten. Wir gehen hoch, gehen aus der Gruppe und farmen Content mit anderen. Okay, das ist... Aber haben wir irgendwie noch was für mich? Ja, machen wir. Machen wir. Aber erst mal, die Anfangsphase ist heiß. Ja, okay, bei der Anfangsphase sind alle da. Aber eine Eisenrüstung zumindest? Äh, ja, krieg ich das hin. Komm hoch, ich mach das. Aber erst mal aus der... Oh! Hey! 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 Trimax! Das ist ja geil! Moin! Krass! Gensaut! Gensaut! Wie Leute hier wohnen, wie geil! Ja, ich wohne hier nicht. Ich wohne da hinten mit Stegi hinterm Berg. Ich durfte nicht hier hin. Auch gut. Nurjax hat gesagt... Nein! Alle sind willkommen! Max wohnt jetzt auch hier. Wir sind eine große Gemeinschaft mit vielen Leuten und jeder... Ist es nicht immer andersrum, dass du bei Max wohnst? Na, ich... Ja, ich wohne oft bei Max so, aber... In meinem Spiel wohne ich bei ihm. Ja, ja, das ist so ein Geben und Nehmen, was wir hier so haben, weißt du? Ah, ja, dachte ich mir. Du bist ja sowieso ein Gönner. Ja klar, dann glaub ich... Grüße! Ähm... Aber erst mal findet alles hier statt, Max. Erst mal hier, wir equippen uns mal nicht. Zeig mal dein Grundstück. Ja, okay, warte. Wollen wir noch mal in eine andere Gruppe gehen? Ja, ja. Mein Grundstück... Wer läuft denn sie da her? Ähm... Scheiße, wo ist jetzt... Hey, wo ist die Max da wieder hin? Müsste das da drüben auf der anderen Landseite sein, da das... Ähm... Diese... Steinzunge da? Diese Steinzunge. Oder rechts? Nee, diese... Wir haben so abgesteckt, wer wo ist. Ja, die Steinzunge, das bin ich. Cool. Ja, da... Da darf ich dann mich frei entfalten. Da darfst du dich auch frei entfalten. Aber wir... Okay, gut. Lass uns aber so... Wir machen ja so viel Content. Wir bauen so richtige Müllhäuser, sprengen alles bei anderen und die sprengen alles bei uns. Wir machen... Wir machen eine richtige... Also, ich werde... Also, ich brauche... Ich brauche ganz klein, nur so entspannt, eine ganz kleine Eisenfarm. Oh. Kleine Holzfarm. Weißt du? Ja, okay. Kleine, bisschen Lava-Farfe-Brennstoff, entspannt so auf locker. So auf... Geschmeidig, okay. Ich würde dir erstmal jetzt hier ein bisschen Items geben. Ja, dann lass uns... Ja, jetzt sieht man viel schneller aus. Ich kann dir zeigen, wo Basti wohnt. Ja. Das ist vielleicht wichtig. Wem gehört denn hier der Marktplatz, wenn wir das machen? Das ist alles von GHG von uns. Jeder kann sich hier... Wir bauen ja alle zusammen was. Okay, gut. Ähm... Und... Hier dann nach oben hin... Ohne Indikas waren ja so lahm. Ja, ja, aber das ist... Wir haben halt... Ich hab Trident, das chill ich. Wieso? Ich hab zugefahren. Oder über ein Spiel. Wie, was willst du denn, Digga? Ich hau dich kaputt. Man sparsst. Du bist viel schneller. Ja, aber Trident, äh... Wieso, du bist doch die Sterne dadurch. Doch, doch. Guck, wenn ich den mache. Ja, jetzt stirbst du. Nein, auf keinsten. Ah, du machst dann Wasser. Wie stressig. Und so, das warst du immer und immer wieder. Ja, klar. Digga, was ist das für ein Albtraum? Oder ich check das Spiel halt. Also... Aha. Also hier bei den... Oh, ne. Wir können da glaube ich grad nicht hin. Warum? Warte, oder? Ist der Chef da? Oh, da sind Kevin und Basti. Die haben grad Zweisamkeit. Wir können halt aus der Gruppe gehen und die zulabern. Wie du willst. Ja, logisch. Raus. Du musst reden. Ich rede nicht. Ich trau mich nicht. Ich seh sie doch gar nicht. Da links, da links. geht da hin, komm. So, rechts, rechts. Hi! Moin! Moin! Moin moin! Was geht ab? Was macht ihr? Bisschen abhängig. Haben wir euch beim Rauchen erwischt oder was? Was habt ihr hier so geheim? Basti hat mir gerade seinen Elfbar gegeben. Hä? Okay, okay. Ne, ich zeige... Trimax, was geht ab? Willkommen im GRG-Gebiet. Danke. Ich wohne bei Noreax. Jetzt ja schon einiges geschafft. Oh, mein Beileid, mein Beileid, Bro. Ganz kurz, ganz kurz. Wie bist du denn da reingerichtet? Hallo, ganz kurz, ganz kurz. Erst von Spike zu mir, warum denn Beileid, Digga? Das wird ein richtig geiler WG, Junge. Das wird der Hammer. Ja, Bruder. Er wohnt echt bei mir, ich wohne bei Ihnen in Minecraft. Das ist doch toll. Warte mal, sei das vor Ort. Nein, nein, nein. Das heißt, Trimax XXL Farm-Gebiet kommt hier in die Gärten. Nein, nein, nein. Dieses Jahr gibt's... Max, wenn ich dieses Jahr eine geile Baseball, und ich will mir dieses Jahr wirklich Mühe geben, und dann ist nebenbei der Base als einzige Aussicht eine riesige, verschließende Kacktus-Farm, Bro. Dann knallt es. Kein Problem. Ich hab das ganze Jahr lang auf dem Autocraft-Server Farm gebaut, um meine Farm-Sucht zu befriedigen. Hier kann ich jetzt chillen. Oh, okay, okay. Also keine Farm dieses Jahr, okay. Ja, nur eine kleine Eisenfarm und ein bisschen Holz, aber sonst nichts. Du brauchst ja normalerweise aber für deine riesen XXL, also deine XXL-Bauwerke sind ja meistens halt wirklich XXL, ne? So, das ist ja, also... Gibt's auch nicht. Wir machen Noreax und ich nur einmal eine Pyro-Show. Ja, keine... Ich bin für die Pyro-Technik verantwortlich. Bisschen verändert, also, ja, Leute. Richtig fresh. Dega, was habt ihr gegen die Pyro-Show? Das wird richtig krass. Ja, die wird sicherlich super. Das wird geil, wenn jemand ein Event organisiert. Was machst du denn für ein Event? Ich? Ich auslogge an Tag 2. Oh, gefickt. Nee, aber, ähm... Also, Noreax, das Gebiet, wo auch aktuell eingezeichnet wird von dir, da seid ihr beide. Ja, da... Ich hab ihn... Ja, aber wir machen nur Content, wir machen nichts Großes, wir machen nichts kaputt, wir... Ich kümmere mich um Max, dass er keine Farm baut. Und wenn's hässlich wird, mach ich's unter die Erde, okay? Oh, bitte, ja. Ist ein Kompromiss. Nee, ist okay. Ich geh nur unter die Erde. Dann ist die südliche Seite das Hub, sagen wir mal... Schwierig. Naja. Okay. Ja, geh einfach mal so weit in Süden gegangen. Das wird Korweiler von Craft Attack. Ich bin halt, ähm, gerade dabei, Kevin kurz zu zeigen, wo er bauen könnte, weil... Also hier das... Wir haben ja wirklich viel Fläche, aber es geht schon ein bisschen darum, dass keiner sich gegenseitig so auf den Sack gehen soll. Das sind echt viele Spieler, aber auch. Ich hab grad nochmal die Map... Ich hab grad nochmal die Map aufgemacht. Leute, ihr könntet zu Fabo gehen und dann einfach vor Fabo Space eine richtig eklige Farm hinbauen. Dann auf die Giech. Wär ich dabei. So richtig hässlich einfach. Wir müssen auf Fabo noch auskritten, Max. Was heißt das? Ah, töten. Oh. Dr. Banks meinte, wir müssen. Okay. Tschüss, Leute. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Ey, schönen Tag noch. Ich hoffe, Wetter bleibt gut. Ey, Max, das war richtig scheiße. Ey, ich habe noch nie gestorben. Fabo töten? Ja, Fabo hat irgendwie 1400 Tage nicht gestorben mit Craft Attack, aber lockt sich immer aus, bevor er stirbt und, äh, schummelt. Ah, der schummelt, ja? Ja. Der ist am Schummeln. Ähm, ja, dann bauen wir hier... Soll ich jetzt einfach ein Haus bauen? Der geht voll müde. Digga, das ist... Warum habe ich jetzt auf einmal eine Mietnormale, Digga? Ich habe so ein kleines Kind, um was ich mich kümmern muss. Oder ich bin ein Familienvater geworden gerade. Das ist krank. Irgendwunsch? Ich bin voll verklickt, nichts mehr gehört. Achso, das war nicht mit Absicht irgendwie. Hier, wir haben ein Haus. Also, also... Passen da zwei Betten rein? Schön, gut. Ja, Bruder, hier, warte. Ja, hier ist ein Schaf, damit kann ich, äh, Wolle machen. Äh, richtig. Hier ist noch eins. Gib ihm. Muss dreimal weiß sein, ne? Äh, ja. Hab's. Gut, die hätten wir auch benutzen können für was anderes. So. Geile Hütte, Mann. Zack, zack, zack. Alter, bin ich am Craften. Platzieren, fertig. Fackel rein, dass ich nicht spawnen kann. Ich crafte noch schnell eine Tür. Hab schon. Bruder, geiles Haus. Das reicht ja noch wieder mitbauen, weißt du, dieses Jahr. Warte, wir machen noch ein zweites Bett. So, Digga, so leben wir jetzt. Das ist wie bei dir zu Hause. Das ist es. Richtig geil. Äh, wirklich toll. Es fehlt noch ein Ofen, warte. Digga, ich... Oh, da... Ich sag... Ja, wenn sie wie gut... Das ist gut bezahlt. Okay, Nurek, lass mal zu... Lass mal bitte zu Schradinen gehen, okay? Oh, okay. Komm mit. Der ist der einzige, der hier noch älter ist als... Ich muss den Chef erreichen. Digga, die Amadellus... Hast du Boot noch? Hast du Boot noch? Hallo, hör mal auf. Hast du Boot? Was machen jetzt überhaupt? Was machen jetzt überhaupt? Ich hab schon... Hallo, Max. Hör auf. Ich will gucken, was er macht, wenn er am Wasser landet. Nee, das ist absolut nicht geil. Okay, das ist so der Bergmann sind am Kübel. Digga, das ist so die richtige Varro, äh... Ingame, Ingame-Schrift irgendwie. Ha! Hier hast du richtig schön hochgenommen, Digga. Jetzt kann er sich nicht mehr einflangen. Wenn er sich zusammentut, dann... Dann... Äh, nee, das müsst ihr da hinten irgendwo noch stehen. Warum wohnt hier keiner? Hier ist doch voll cool eigentlich, oder nicht? Äh, ja... Hier wohnt, glaub ich, auch einer. Hier, glaub ich, wollte Heiko erst hin. Ist das ein gelbes Schaf? Wo? Ist das neu? Wieso denn gelb? Wie hässlich. Hä? Hä, ich schwöre, um ist das gelb. Das ist so ein Ocker-Gelb auch irgendwie. Digga, hä, ist das Rending-Gespawned oder mit Dings? Hat das jemand gefärbt? Ich freue mich, wenn die 1,12... Normales Gelb? Ja, egal, wir müssen weiter zum Spawnen. Wir müssen hier hoch. Ja, ja, wir dürfen uns zwar nicht ablenken lassen. Lässt dich ziemlich oft ablenken. Du hast gerade eine halbe Stunde auf dem Amadello eingeschlagen, Digga. Naja, aber stimmt, dann aufs Schaf. Stimmt, jeder Moff, der kommt, greift mich an. Ah, hier ist ein Esel, Digga. Esel sind selten, zum Beispiel. Okay, sehr geil, sehr geil. Sehr geil. Hier sind mehr Amadellos, dass alle Tiere töten, die es gibt. Er töte keine Schweine. Warum? Weil Paluten... Äh, nein, 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 nein! Das ist wie Krieg dann. Digga, Paluten hat so ein Schwein und der hat so... Das sind die Edgarianer und... Hallo! Und das ist so eine Religion und wir töten keine Schweine. Hey, ich bin doch Edgarianer. Digga, aber da darfst du dich das Schwein kritten, Bruder. Wir haben nochmal einen Post gemacht mit der Facio und der Edgarianer. Ja, ja, da habe ich gut gekocht, aber da darfst du keine Schweine töten. Achso, okay. Weil sonst... Wir haben ein ganz großes Problem, weißt du, weiter links? Hier unten musst du dann hin. Was ist das denn für eine Nachricht? Bin da, musst mich aber konzentrieren, Punkt, Punkt, Punkt. Brauche Holz, Stein, Diamanten, Punkt, 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 Ausrufe. Oder er schreibt Chat, schiebe ich die Nachrichten in den Chat. Ja, wie geil. Digga, ist das eine KI? Hier hoch, hier hoch, hier hoch, komm jetzt. Hier rauf, rauf stellen. Äh, warum ist keiner im Discord? Alter! Fibi! Ja, wuhu! Die sagt sich, woher hat sie die Papagei? Und warum muss sie holen? Digga, meiner nicht antfassen. Okay, ey, Max, hier, Fibi haben wir. Ey! Hallo! Hallo, moin! Ey, bitte nicht töten. Wieso? Nee. Du chillst seit drei Stunden im Spawn? Nein, ich bin schon hin und her und da und hier. Achso, okay, nein, nein. Bist du verschlafen, oder? Bist du ein Fieber geschlafen auf der Start? Ja, ich bin bei Serviceweit eingeschlafen, Junge. Passiert, das ist verrückt. Ich habe eine Wünscherlänge gemacht und wie eine Macherin durchgezogen. Augen sind ein bisschen rot, so, in-game. Ja, aber ich bin Norman, alo, nein, 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 nicht Bärchen, Norman hat eine grün-rot-Krankheit, diese Farbpläntheit. Hat er nicht, wenn er sich letztlich ja damit verarscht? Halt die Schnauze. Mann, wir haben dich das ganze Jahr damit verarscht. Du denkst immer noch, dass du wieder ein Farbpläntheit bist? Junge, das macht man doch nicht. Halt die Schnauze! Du hast doch keine Krankheit vor. Digga, Heiko. Warum machst du dann jetzt rote Augen? Das verstehe ich nicht. Ja, weil grün-rot-Schwäche, grün-rot-Schwäche. Und er hat gesagt, er hat grün-rot-Schwäche. Ja, aber deine Augen sollen doch nicht grün sein, oder? Das ist doch blau, ja. Ja. Ja, aber er kann weiß und rot und so eine Scheiße nicht. Weiß und rot? Fibi, dass er gefeilt sind. Nein, 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 nein. Heiko ist farbpläntheit. Du brauchst die rote Augen, wo sie ultra-high aussieht. Ja, ja, genau, genau. Hä? Aber ich fand das voll... Junge, ich hab den die ganze Zeit im Schutz genommen. Bruder, mach dir nichts draus. Alles gut. Krass, aber ist doch lustig. Nee. Würdest du auch jemanden verarschen, dass du irgendeine Krankheit hast? Ja, also... Ja, ihr habt eine Krankheit. Ich kann nur Leute sehen, die ultra-high sind. Was ist das für eine Scheiße? Die ist nicht die Krankheit. Oh Mann, Alter. Bruder, du schreibst in den Chat, Schradin sagt deine Koordinaten. Der wird das doch nicht checken. Doch, doch, der Team, der Kompetenz-Team. Pff. Ey, warte, Max, ich weiß, wo du bist. Wo? Max, ich weiß, wo ist. Wir haben ja gesehen, warte, 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 hier. Ja, ja, wir haben ihn gesehen. Ey, Fiby, komm mit. Der war hier unten gerade. Wie war die gerade? Warte mal, ich fliege kurz vor, ich warte. Ja, der ist gerade, der ist weg. Ja, der ist gerade, der ist weg. Komm, 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 komm. Wollen wir die Sachen vielleicht ausmachen? Max, wir wurden verarscht. Jetzt brauchen wir es wirklich nicht weiter machen, aber es wird natürlich immer... Max, wir wurden verarscht. Was machst denn du hier? Wir wurden verarscht. Wir sind hier ein bisschen am gucken. Max, wir wurden verarscht. Aha. Habt ihr... Wir suchen Schradin. Habt ihr Schradin gesehen? Nee. Nee, bitte. Ne, was? Also, okay, okay. Nee, noch nicht gesehen. Hier ist vorhin so ein alter, verwirrter Mann vorbeigelaufen. Den suchen wir. Ja, den suchen wir, den suchen wir. Ach so. Welche Richtung ist er? Der hat die Toilette gesucht. Da vorne. Werden wir gerade verarscht? Der hat die Toilette gesucht. Ich glaube, wir werden gerade verarscht. For real? Der kann überall sein mittlerweile. Aber er ist langsam. Das ist unser großer Vorteil. Er ist wirklich extrem langsam. So weit kann der nicht kommen. Ja, dann Richtung spawnen. Da war das der auf jeden Fall. Richtung spawnen, dann schafft ihr es. Richtung spawnen? Ja, ja. Uiuiuiui. Viel Erfolg euch. Danke, gleichfalls. Danke schön. Ich hoffe, wir werden verarscht, Digga. Hast du jetzt was gebracht? Nein, der wird er nicht verarscht. Er muss hier... Er braucht... Digga, sein Team soll ich hier mal sagen, so, wo wir sind. Er soll mal hier... Starker Grief, danke. Oder wir haben... Ich hab zwei Erdblöcke abgebaut. Schön. Was ist foult? Wie foult? Ja, nee, lass wieder hoch. Digga, schreib... Ähm... Du musst... Ich kann nicht mehr, Digga. Ich ruf ihn einfach an, real life. Oh mein Gott, ja. Ruf ihn an. Ich muss kurz, äh... Ich muss den wieder als erstes Mal fucking Minecraft spielen. Ruf du an, ich muss... Hey, wo bist du? Kommst du sofort wieder her. Hä? Koordinaten. Okay. 110, 104, 175. 110, 104. Er weint. Er leidet ganz normal. Er kriegt das Holz nicht abgebaut. Okay, hier lang. Was ist? Digga, er ist... Ist er das? Er ist 40. Nee, er ist fast 50. Das ist... Ich muss grad... Hä? Ich bin vom Chef gerufen. Gebeam? Da müssen wir... Geil, wo bist du? Also, war das... Also, war das richtig? Ja, das ist richtig. Hallo? Was... Hab ich was falsch gemacht? Ich wollte nur ganz kurz fragen. Mir kam was zu Ohren. Was kam dir zu Ohren? Ah, ich checke Basti, okay. So, ganz kurz. Hä? Hä? Er kommt rein. Okay. Nee, was gibt's denn? Mir kam was zu Ohren. Was kam dir zu Ohren? Ey, Leute, wir sind da! Woo! Hi. Hab's geschafft. Basti, ich hab ihr mitgebracht. Ich bin Phoebe, Basti. Kennst du mich? Hi. Hey, ich wollte nur ganz kurz... Es ist hier noch ein ganz kurzes Gespräch. Ich wollte euch nur ganz kurz was fragen. Oh, ja, ja. Okay. Ihr macht ja sehr gerne was für Geld. Und für Geld würde ihr tatsächlich jemanden aus unserem eigenen Plan hintergehen und töten. Hä? Wen denn? Wen denn? Was für ein Lochblut ist das? Warte mal. Wen denn töten? Ihr würdet tatsächlich Fabo töten für Geld. Also, ähm... Ja, hä? Oh mein Gott! Ich möchte das Ganze ein bisschen anders angehen. Ich denke, das Fabo, diese Null-Todes-Streak mit Combat-Log hält und deswegen sage ich nüchstig und muss die beenden. Weißt du, so sehe ich das Ganze. Okay, verstehe ich. Aber dann solltest du auf jeden Fall deinen Clan-Tag ablegen. Na, na halt. Also, Basti, egal was du von willst, ich bin da, ich mache es und ich brauche... Du musst mir auch kein Geld geben. Basti, ich bin deine Bauarbeiterin des Vertrauens. Aber ja, ich finde... Ich gehe das tagelang durch. Das ist halt eine Winch-Challenge für mich. Okay, das ist schon mal gut zu hören. Ich wollte nur wissen, ich wollte nur so früh wie möglich, aber jegliche Differenz innerhalb des Clans, dass der Gruppe halt schon mal aus der Welt geschafft hat. Okay, ja, ich halte den Füßen still, Mensch. Ja, okay. Also, Basti, sag mal so, Basti, wenn du es gerade ernst meinst, ne? Meinst du das ernst mit Fabo? Echt jetzt? Okay. Aber wie hoch ist der Einsatz? Also, ich sage ganz ehrlich, wir machen das gratis. Weil ich habe noch ein paar andere Männer, die mir den Rücken geben. Es gibt eine kleine Meute, die Fabo töten will. Weißt du, Basti? Es gibt ein paar Leute, die nicht so ganz klarkommen mit Fabo und die den da unten sehen wollen. Wir wollen den unter der Erde sehen. Ja, ich weiß nicht. Ich kann es gerne nochmal wiederholen. Ich hoffe, ich muss es ein letztes Mal wiederholen. Und zwar, dass wir immer noch eine Gruppe sind und wir uns nicht untereinander töten. Verstehst du das? Ja, genau. Ich verstehe. Ich habe das zur Kenntnis genommen und werde mich daran halten. Basti, was denke ich, wie viel Macht du hast? Ja. Also, naja. Basti hat ziemlich viel Macht. Das war ein Test, ne? Das war vielleicht ein Test. Wir können uns ja nochmal genauer darüber unterhalten. Vielleicht, wenn es beim zweiten Mal dann nicht mehr so fest ist. Ich brauche Essen, Wichtiger. Ich glaube, dem. Aber warum haben wir dann letztes Jahr alle auf Hugo eingeschlagen, Basti? Erklär mir das mal. Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich. Also. Was war das denn? Stellst du mich gerade in Frage? Nein, tut mir leid. Alles gut. Bester Mann, Digga. Ich habe heute deine Videos. Okay, alles geklärt, oder? Alles klar, super. Dann, ich freue mich auf einen guten ersten Craft-Tag-Live-Tag. Juhu, juhu. Ich muss erst mal wieder weiterziehen. Ganz viel Spaß. Wenn ich etwas brauche, bezüglich jetzt auch ein bisschen Terraform, das ist ja nett, dass ihr das anbietet. Ja, klar. Also, da kann man zu dir immer hinkommen, egal was man braucht. So eine Elytra, so auf süß und so. Na, Bruder, Fimi. Er hat keinen Schimmer, das war in die andere Richtung, nicht in die Richtung. Hallo? Wieso? Hey, Fabo, ich habe ein bisschen mit den Jungs mal kurz geredet. Das war alles Spaß für mir. Das war alles Spaß. Bruder, Fabo, du wirst deinen Applaus unternehmen. Das ist klar bei dir. Wir sind GHG, Bro. Ein, der wenn ich seinen Geldbeutel zückt, seid ihr wieder da? Ja, ich werde zum Eigenheimer, Diggi. Spaß wichtig. Die wollen dir einen kleinen Nippel nennen. Bruder, das hört sich verlockend an. Aber nein. Gut, Basti, ich wechsle dein Team. Nein, alles gut, Basti. Ja, das ist Spaß. Nee, alles klar. Nee, Basti, alles gut. Jo. Und hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal zu einem positiven Grund. Ja, sehr gut. Ich komme nicht mehr raus. Kannst du mir helfen? Ich bin ins Loch gefallen. Okay, krass. Hallo? Ja, war sicher, dass du die Schippe schon haben möchtest? Bist du schon bereit für die Schippe? Ich bin bereit für die Schippe. Warum denn nicht? Ja, weil du ein Loch gebuddelt hast, bist reingefallen und kommst nicht mehr raus. Deswegen frage ich. Ja, dann hilf mir. Hilf mir. Ja, du reakst. Ich habe mir die Schaufel gegeben, mir hat ein Loch gebuddelt, ist reingefallen und kommt nicht mehr raus. Ja, das ist also echt krank eigentlich. Okay. Okay, wir machen was jetzt. Wollt ihr jetzt ein bisschen darüber diskutieren, dass ich hier nicht rauskomme? Wenn du den Loch wegmachst, kannst du wieder rausspringen einfach. Komm hier hoch. Was passiert hier? Ey, Ugo Tox. Ich will... Alter, lasst mich doch einfach mal. Ich möchte hier alleine sein. Ugo Tox, bist du ein Volk? Ja, ich bin ein Volk-Team. Ihr habt hier einen Mietnomaden auf einmal. Warum haben wir hier einen Mietnomaden? Stimmt überhaupt nicht. Ich wollte ganz normal... Trimax. Ey, hallo, Hilfe. Was trinkt der jetzt? Hey. Lass Schradin frei. Schradin, die haben dich gefangen genommen. Was soll das? Das frage ich mich auch. Weiß auch nicht. Kurze Frage. Könnte ich ganz kurz... Trimax, du bist ja Händler. Hast du noch eine Axt für mich? Ja, habe ich. Weil es kommen ja nachts Zombies, habe ich gehört. Genau. Schenk mir bitte eine. Ich bin Händler... Ja, ich lasse dich machen. Ich will hier nicht... Willst du mich verarschen? Jetzt machst du auch noch echt Geld draus, du Schradin. Check dir, tu, wenn Basti im Call. Ja, ich schwöre. Vollbox. So. Aber dass ihr es eigentlich auch echt chillig habt habt. Okay, ja, check. Wir laufen gerade schon durch den Nether. Ihr müsst immer hier ein bisschen aufpassen. Wir sind hier in der Bastion. Hier können diese Schweine spawnen. Was macht ihr gerade? Hey, Hank, wir könnten hier so eine Eisbahn machen, dass man so ein Boot durchflitzen kann. Ja, das war wohl auf der Overworld. Dass eigentlich die Portale gerade gelingt. Also, wo stand mal kurz vom Portal in... Ey, ich komme gerade zu euch. Warte, guck mal, hier unten. Leute, sind die alle geil? Oh nein! Oh nein! Ah, Hänke! Ah! Bro, das war krass. Das war crazy. Was ist passiert? Was ist passiert? Bro, wir laufen hier gerade so den Weg zu dem anderen Portal und Feister will einfach so den Weg so ein bisschen... Ist er aggro? Nee. Feister will den Weg so ein bisschen bauen... Doch, 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 der ist auch aggro auf dich, pass auf. Wirklich? Obachtig, aber. Okay. Zieh mir die Goldschuhe an. Oh Gott, Feister hat mich gefickt, Alter. Feister baut so einen Block unten ab, weil er so neu bauen will. Henke fällt in dem Moment eine Etage tiefer. Da unten steht Pickman und der kriegt aggro auf ihn. Ja, Raphael. Was hält der Wunder von dem Blut gewonnen? Ist das weg oder ist alles noch so? Es ist der Schrei gegen euch Mark und Bein. Alter, wir sind so sauer gerade. Ich bin richtig wütend. Digga, ach du Schreck. Ich grüße alle StreamerInnen und Streamer. Genderst du? Ich bin verwirrt. Ich bin raus. Ich bin raus. Weiß der Digga. Ach du Schreck aus. Hallo. Yo. Rabatt bei den Villager? Digga. Rabatte, Rabatte. Ich frag, ob sie den AG Code akzeptieren. Hä? Ihr tut so, als würdest du das nicht geben. Zehn Prozent und so. Mhm. Ey, Marcel Digga. Digga, Eiko, wo bist du? Bist du umgezogen nochmal? Ja. Och Digga. Wohin? Pssst. Hä? Irgendwann. Einer ist geheimnisvoll auf einmal. Baba Platte! Ich red mir von Baba Platte! Baba Platte! Baba Platte! Baba Platte! Die Schlawline! Schlawline! Morline! Geistiger Dünnschiss! Digga. Hast du den Cliff auch gesehen, Hugo? Nee, Bro, ich hab überhaupt nicht gesehen, oder? Kevin, wie war die Schlafmaske? Bei dir könnte ich mir auch vorstellen, dass du das einfach so lachst. Real Talk. Hä? Ich kenn das... Der hat doch so gelacht. Ich hab so gelacht. Ich kann's nicht. Aber stark. Okay. Kevin, wie war die Schlafmaske? Ähm... Ja, so mittel... Nein... Nein... Also... Ich muss... Ohhhh... Ohhhh... Mein Name ist Schwester! Gute Bad, so ein paar Platte! Halt's Maul. Was würden wir ohne Wichtiger machen? Ist hier irgendwo Wasser, Digga? Ey, gönn dir sonst ein Off-Day heute vielleicht. Ein Schlamm Maul, Digga. Oh ja, noch Off-Day! Ich sag dir ehrlich, hast du vorm Schlafen mal nie probiert? Nee, hab ich nicht gemacht. Scheiße, das hab ich vergessen. Schreis mal auf nem Blog. Nee, ich glaube es hat schon was gekocht. Ich glaub es hat schon krass was gebracht. Aber ich muss halt mich so an die Maske gewöhnen. Weil es euch wirklich interessiert. Aber tut's eh nicht. Also das ist so ne Schlafmaske, so richtig? Ja, ja, so ne... So ne... So ne... Ja, Bro, weil du... Also no joke. Nicht mal meine Freunde aus der Kindheit spammen mich so zu... Magst du bitte sagen für die 38 Monate Welcome Back? Willst du eigentlich auch geben aufs Stream? Ja, 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 ja. Ey, oi, oi, oi. Ich zeig' kurz. Hey, oi, oi, oi. Hey, oi, oi. Hey, oi, oi, oi. Hey, oi, oi, oi. Okay, pass auf. Mann! Mann! Weißt du was das heute gewahr? Ich war sogar mute und bin aus Versehen auf die Tastik gekommen einfach. Wir hast nen großen Fehler gemacht. Wenn das passiert, lass die Leute länger auflaufen. Keiner darf dann was sagen. Und wir genießen das für ne längere Teil. Ja, okay, check, check. Check-in, check-in. Bruder, fang der auch in der Presse ab. Hä, dich aber, wie kann ich dich lesen? Sorry, sorry, es ist zu beleidig. Schlag drauf. Bruder, denkt ihr, wir sind von einem riesigen... Von einem riesigen Eis-Konten-Kuppeln? Ich sag Kuppel. Also, wir sind in der Sibide-Toilette. Ich sag No Drops. Das sind viel mehr Kontinente. Das ist schon geil. Ja, ja, ja. Der ist so huge. Ich sag ein, zwei Stunden innen und jetzt schon der Verschwörungstheoretiker-Talk. Geil. Und außerhalb in den Kontinenten schwimmt überall ein Megalodon. Aber nur einer in jedem. Was das? Also, Richard, glaubt ihr, diese Megalodonos gab's? Ich sage... Gibt's immer noch. Was? Was? Also, die gab's definitiv. Ist das ein Pokémon? Megalodon. Was zu dingsen. Wo ist Filika? Wollen wir mal mit Filika reden? Die reden, glaub ich... Mit keinem. Ich geh jetzt nicht reinfarben. Mit der Hand? Ne, mit meiner Pickles, die ich gefarbt hab. Denkst du? Geil. Geile Scheiße, Alter. Brauchst du ein Upgrade-Template? Oh, yo, mein Gott, Pippe! Ah, vergiss dich zu vermehren, ja? Oh, ich hab auch noch ein kleines Geschenk für dich, Habibi. Drei, zwei, eins... Oh mein Gott! What's up? Hey! Oh mein Gott! Du bist tot. Ja, totes... Totes Schwert. Hey, hey, chill mal. Chill mal. Digga, wie undankbar, Digga. Einmal zu viel Danke sagen, als einmal zu wenig. Man, Digga, wie alle schon von Battle Riot haben, das fuckt mich so ab. Digga, chill mal, wieso... Seit wann diese... Tugel-Tour? Tugel-Tour. Achtung, Sniper. Ja, Rates gespielt. Sniper, Achtung, Sniper auf 120. Heute? Man, Digga, warum leckt das so? Hast du mal auf Basti geschossen? Ich meine auch, ich trau mich. Nee, ich hab unter ihnen geschossen. Ich trau mich. Oh, ich hab näher geschossen. Du musst einmal... Oh Gott, oh Gott. Okay, warte. Wer näher macht. Okay, du hast drüber... Darf ich auch einmal? Darf ich auch einmal? Ja, ja. Marcel Drucker... Ist das schwer? Nee, nee. Irgendwann letztes Groundhog. Oh, oh. Nein. Ich treff ihn jetzt! Ich werde es lassen, Digga. Ich werde es lassen. Ja, Jungs, ich pack meine Sachen auch. Leute, das war's. Du gehst nicht, er macht dich so Hund. Oh, der Aura gerade, Diggi. So, ich geh jetzt. Ein paar Mal rein, Jungs! Viel Spaß, Jungs! Danke! Ey, Hugo! Alter, nein! Hat irgendjemand mitbekommen, der mich gerade abgeschossen hat? Feister, glaube ich. Oh, was geht das? Feister, glaube ich. Hier bei GHG verraten wir uns gegenseitig nicht, Basti. Ja, wir sind ein Team. Wir haben alle... Ich hab's nicht gesehen. Warum war's so schwer? Aber warum sagt er dann Feister? Also, nee, hab ich nicht. Ich bin ja Feister, du denkst immer. Ganz kurz... Au! Was hast du für Rüstung? Kannst du mir die mal zeigen? Ich... Ich kann dir meine Rüstung zeigen, wenn du... Also... Hallo! Alter, da ist der Rotti! Der Redstone auf die Idee! Hier, ich zeig dir meine Rüstung. Ja, hier. Heiko, Modpack ist super! Nein! Hör auf! Hör auf, bitte! Ich hab nur einen Totem! Ich wollte kurz fragen, wie's dir geht. Nie wieder, okay? Okay. Ich muss jetzt ganz genau gucken... Kommt grad ein richtig geiler Minecraft-Track rein. Okay, Max. Ja? Jetzt bauen wir uns runter und du hältst deine Schnau... Wir müssen die Schnauze halten, okay? Okay. Du weißt mir einfach nach. Digga, was machst du da, du Opfer? Digga, wie redest du? Du weißt, dass ich keinen meinen ab... Äh... Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Oh, oh! Oh, oh! Get off my property! Digga! Er hat kein Skin! Digga! Kroko, Digga! Ja, was geht? Get off the fucking property! Nein, Digga! Wir müssen hier mal... Oh, wie geil! Yay! Hey! Warte mal, wie soll denn... Warte mal, wie soll denn... Digga... Jungs, also ihr wisst ja, so... Oh, 10! Ich mag euch super gerne, ne? Ja, ja. Aber das hier ist meine Insel. Hast du lange Haare? Hm. Ja. Hast du noch nie Minecraft gespielt? Nee, das kann ja nicht sein. Okay, okay, Max, komm mit. Respektierliche Aussage, Max. Okay. Warte, was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Nee, alles gut, komm runter, komm runter. Max, einfach runter, komm runter, Max. Was ist alles gut? Nicht mehr reden, nicht mehr reden, nicht mehr reden, komm runter. Nein. Du bist tot, Koko. Wie? Entweder... Wir haben jetzt hier was zu ledigen, du musst leider... Wir haben... Dieser Untergrund hier, gehört mir. Max, komm hoch. Komm mit hier, leise. Nicht reden. Digga, bist du scheiße, Nurex? Was denn? Ich hab was... Aber ihr nicht. Weißer, leißer. Weil ihr da jede mechanic kennt. Jeden hidden stat. Ihr habt das Stadio Valley, Wiki einfach, ihr lest das. Ihr könnt das aussehen. Nein. Wenn euch nachts einer mit einer Knarre aufweckt und sagt, äh, wie krieg ich bei Stadio Valley, äh, eine Analkette rein, dann könnt ihr es instant sagen. Hallo? Ich glaub hier ist leer. Äh, 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 äh. Ähm. Hallo? Ich hab... Ich hab's ein bisschen schwer mit der Atmung. Äh, 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 also... Äh, 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 hallo? Äh, 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 äh... Es ist alles ok? Äh, 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 ähh... Äh, ihr habt ne Frage? Ähm, spielt ihr immer so Minecraft? Jaja, das macht man so. Das ist so ein Berlin-Ding. Ich schon, ja. Also, ich entspann mich dabei. Ich logge mich ein und hörst her und fannst in der Hülle. Ja, schon. Ja, das ist halt Craft-Stream, weißt du. Okay, geil. Wie geht's dir, Hanno? Warte. Ja, wir wollten einfach mal hier euch besuchen, so. Woah, Max! Warte. Das ist unsere geheime Techno-Base, in der ihr euch befindet, der Shepardom. Der Shepardom! Ist das ja ein Techno-Stum? Ja, es ist so, weißt du, ich hör das immer gern morgens mit dem Kaffee. Los! Geil! Und was machst du, wenn du Techno hörst, den Minecraft noch? Ey, ich hab grad gestript mined, bevor ihr kamt. Achso, ist das okay? Ich hab Diamond gefunden. Oi! Ne, das ist doch der Hammer. Hallo? Ja, hallo. Achso, ich bin gemütet. Strip-Mine eine ganz andere Bedeutung mit der... Mit der Strip-Mine, ja. Ja, stimmt. Sag mal, ähm, könntet ihr für mich vielleicht einen Bogen ausfüllen, so ein bisschen Feedback, wie ihr diese Base gefunden habt? Dann können wir uns daran, also dann können wir uns noch steigern, die geheim zu halten. Naja, in deinem Stream ist ganz groß oben links deine Kondidaten eingeblendet. Ja, versteh. Und wir sind grad auf der Tour, wir besuchen alle unsere Freunde und wollten bei jedem Hallo sein. Ist das erlaubt? Ja, ja. Ist das Stream-Snipe erlaubt? Ja, ja, es ist alles erlaubt. Ist das Stream-Snipe erlaubt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also das Ding ist, es ist ja jetzt... Ich könnte noch mal reingucken in die Regeln. Es ist ja jetzt so ne gehangen... Hallo, hallo, hallo! Ey, Jungs! Es ist ne gehangen mit Gefangensituation. Ich würde meine Hilfe anbieten in jeglicher... Ich hab nicht gestream-Snipe. Nein, 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 bitte, du weißt, bitte, ey... Spielt ihr mit Totem? Ja, ich kann dir den Totem geben, wenn du mich nicht verrätst. Nee, ich brauch nicht so nen Noob-Schutz. Wenn man stirbt, stirbt man. Wenn man stirbt, stirbt man. Wenn man stirbt, stirbt man. Danke, die Einstellung, weg mit der Scheiße. Hä? Wirf die weg, hier. Warte, ich hör doch Lava. Nein, magst du das voll toll? Ja. Digga, das Totem kommt weg. Nein, 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 aber... Ja, vor allem du, Marcel, brauchst doch sowas nicht. Bruder, ich... Warum spielst du mit Noob-Schutz? Was für einen Noob-Schutz, Digga? Ja, das ist einfach nur smart zum Checken. Bro, spiel doch... Weißt du, also ich mag, wenn ich Spiele auf Hardcore-Modus spielen kann. Kann ich hier nicht. Ja, weg mit der Rüstung, weg mit der Rüstung. Ja, alles aus, Digga. Hau doch das Totem weg. Alles raus. Ja, okay, alles raus. Naja, ist ja egal. So, also, was wolltest du sagen? Nee, nee, ich wollte... Also, wir wollten... Ich wollte nur, dass wir uns... Ich wollte dich... Ich hab euch vermisst, so. Ich wollte mich treffen und so. Ich hab euch... Ich wollte dich einfach hier nur mal willkommen heißen und finde das toll, dass du dabei bist und hier einen Techno-Bunker baust. Ey, danke dir. Freut mich, dass ich hier endlich Besuch hab. Ich bin jetzt tatsächlich ganz alleine und mach so mein Ding. Hab seit fünf Jahren kein Minecraft gespielt. Aber, ähm... Naja. Mal schauen, was wird. Ja, aber das ist doch egal, dass wir vorbeikommen, oder? Dass du hier nicht so vereinsamst in der Höhle. Dann muss schaffen, ne? Sag mal, glaubt ihr so, in ein, zwei Tagen könnte ich euch easy umbringen? Auf keinen Fall. Noreax nicht. Der ist einer der besten... Der spielt sogar für das deutsche Minecraft-Nationalteam. Er hat auf die Fresse bekommen gegen USA. Nein, nein. Aber... Nein, stimmt nicht. Mich kriegst du auf jeden Fall gelegt. Ich bin extrem kacke. Boah, ich... Ich würd... Würdet ihr bei so einem kleinen PvP-Turnier so... Ihr Lachsnacken gegeneinander? Wär das... Wär das was Feines? Wenn wir da was vorbereiten? Also, ich kann halt gar nichts. Ja, aber das ist ja das Coole. Ich kann Lava nicht. Das ist... Das ist ja so... Das ist Not gegen Eden. Das macht richtig Spaß zu gucken. Okay, ich wäre dabei. Mhm. Warte. Ich würd noch einen Abschluss-Song gut finden, wo der Club zumacht. Ja, warte. Äh, also ich bin für alles zu haben, aber eigentlich will ich hier vor allem meine Ruhe. Das ist so ein bisschen das Ding mit dem Technobunker. Ach so. Ja, Max, dann müssen wir gehen. Ja, ich würd... Ich würd auch... Ich würd nochmal schnell mal Hallo sagen. Ich wusste nicht, dass wir jetzt hier tanzen alle zusammen. Ich würd nochmal... So, Max wir gehen, da geht Max. Nein! Der Song ist doch noch... Hey, den Song müsst ihr noch mitnehmen. Sorry! Aber wir brauchen auch wirklich nicht herkommen, wenn ihr den Song nicht hören wollt. Wir wär ein Steak? Ne, 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 lasst gut. Ne, gib euch ein Steak. Danke! Danke! Aber das muss nicht sein, ne? Sorry, sorry! Also ich mach das hier raus und jetzt? Warum? Okay, check. Wer ist es? Hallo? Moin, wie läuft's? Boah, super! Echt jetzt? Komm ey, ohne Scheiß, komm mit, ich zeig's dir! Zeig mal! Alter, ich hab jetzt erstmal Kohle abgebaut, hab mir ein bisschen Fleisch geholt, weil ich nur zwei Herzen habe und jetzt zeige ich dir, wo ich wohne. Bist du gespannt? Ja, stabil! Oder mein Grundstück ist gefickt, mein Grundstück ist gekocht. Du brauchst da die richtig schöne Altersresidenz. Ja, na klar! Mein Grundstück ist an Tag 1 gekocht. Zu gespannt? Ja. Komm hier hoch. Wann baust du hier keine Treppe hin? Ja, mach's doch jetzt! Digga, es ist einfach gekocht! Schick dir mal Clips von Sachen, wo geredet wird einfach. Guck! Komm her, komm her! Komm her, komm her! Hey! Oh mein Gott, legendärer Prank befolgt, ich hab so ne krasse Idee. Wie geil sieht das hier aus? Alter, Schradin! Okay, Schradin, ich zeig dir was cooles. Du bist ja neu in Minecraft. Warte, 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 warte! Ich werd hier die Fläche noch vergrößern und dann baue ich hier ein Schloss, so ein Residenzschloss. Schradin, drück mal hier rechtsklick drauf. Hab ich? Okay, siehst du was ich hier habe, das Item? Ein Bett. Nee, nee, das was ich hier gerade in der Hand habe. Mit der Hand. Ein Spieß. Das ist ein Spieß. Mit diesem Spieß kann man richtig coole Sachen machen. Willst du, soll ich die mal zeigen? Warte, ich zeig dir mal. Ja. Das ist echt cool. Du kannst mir das schenken. Nimm den Spieß mal in die Hand. Nimm den Spieß mal in die Hand? Nein, 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 nicht abbauen. Warte, nur in die Hand. Du hast dein Inventars, glaub ich, voll. Du kannst es mir aufheben, musst was shoppen. Ja, Inventars voll. Ich schmeiß mal irgendeinen schwarzen aus dem Inventars. Findet ihr da vom Reset mit 20? Ja, beruhige dich. Nein. Ja, jetzt gehst du hier rein ins Wasser. Stellst du hier hin. Warte. Boah, Digga, da kracht. Jetzt guck mal, komm her Schradin. Komm zu mir. Steh hier. Komm ins Wasser, drück S, drück S. S drücken. Nee, du S an die Wand, du musst im Wasser bleiben. Kannst du S drücken schon? Du musst schon hier rein und dann in die Richtung gucken, wo ich hingucke. Hinter dir. Ja, und dann S. Nein, 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 nein. Komm mal her. Du stellst dich jetzt so hin. So hinstellen und guck mal. Jetzt, so wie ich. S, dass ich hier stehen bleibe. Nee, jetzt W. Umdrehen. S, umdrehen und dann S. Jetzt dreh dich um. Dreh dich um, dreh dich um. Oh, weiter, weiter, guck zu mir. Jetzt S. S, 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 S. Jetzt guck hoch, jetzt guck hoch. Ja, guck nach oben, ja. Nein, 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 weiter. Rechts ein bisschen weiter nach unten. 45 Grad. 45 Grad? Ja. Nein, nein, nein. Guck Norex an. Guck Norex an. Ich bin stehen vor dir. Jetzt guck nach oben. Ja. So, nee, weiter. 45 Grad. 45 Grad. So, genau so. Perfekt. Nein, das ist längs. So, 45 Grad runter. 45. 45 Grad. So, 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 so. Jetzt halt rechtsklick gedrückt, halt rechtsklick gedrückt. Rechtsklick drücken. Und loslassen. Das war sehr lustig. Das war eine geile Idee, oder? Das war echt eine gute Idee. Okay. Ich hab jetzt alles verloren. Hallo. Das bringen wir dir wieder, das bringen wir dir wieder. Aber du bist echt gut mit dem Spieß, Digga. Pass auf, wenn ihr das noch einmal macht, wenn ihr mich noch einmal verarscht wegen dieser Scheiße. Weißt du, wie das ist? Na? Das wäre wie, als würdet ihr einen Behinderten aus dem Rollstuhl werfen. Das stimmt nicht. Doch. Deine Items liegen da unten. Genau so ist das. Aber guck mal. Genau so ist das. Alle Items liegen da, hol sie dir. Du musst dir die holen, du musst dir die holen. Guck mal, ich bleib jetzt sogar hier und mach dir eine Rolltreppe. Ich möchte jetzt, dass ich alle Items wieder kriege. Ja, die liegen da unten, du musst nur hingehen. Nein, ihr holt sie mir wieder. Okay, gut. Wohl. Wohl. Bodenlose Scheiße. Du meintest, du baust eine barrierefreie Altersresidenz. Ja. Jetzt baust du an einer Steilklippe. Ich glaube, der nächste Genie von mir wird sein das Bett im Nether. Ähm, pass auf, ich habe ein kleines Problem. Ja. Kann ich mit dem Problem zu euch kommen? Ja. Ist das Problem bei euch gut aufgehoben? Weiß ich nicht. Kommt drauf an. Wir halten inne. Ich baue, ich baue ein Altersheim, ein Alterswohnsitz für alle. Oh nein. Oh nein. Ohne Treppen, ohne dass man da stolpert. Also, ne? So. Und ich bräuchte ein bisschen... Ebenerdig. 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 Ich brauche Diamanten und Glas. Ja? Dann form doch. Und bei mir gehen hier gerade irgendwelche Keulen den Bach runter. Aber wozu brauchst du Diamanten? Um sie zu haben. Ah. Verstehe. Mir wurde gesagt, es ist immer gut, wenn man sie hat. Verstehe. Verstehe. Und jetzt ist das Problem, ihr seid hier ganz weit weg von mir und Trimax hat mich hergeführt und ich finde jetzt aber nicht mehr zurück. Ach so. Und du willst den Weg zurück wissen? Nein, nein. Ich wollte erst mal fragen, was ihr hier so Schönes macht. Wir bauen einen riesigen Berg, in dem wir... Also einen halben Berg quasi. Ein Berg mit einem Halbschnitt. Warum? Sieht geil aus. Okay. Das hier ist unsere riesige Insel. Und was macht der kleine Dicke? Wie heißt er? Zadex. Ich? Ach so. Ich bin auf dich. Ich bin auf dich. Sorry. Ja, ja. Was macht Zadex? Der alte Bastard ist... Was? Kann ich Fenster weit aufmachen oder ist das Scheiß mit Licht? Passt du nicht? Ficken sagen. Ficken! 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 Ja klar. abschleck draufschraden, auf das Bett wieder. Geheimrat sagen, wie im echten Leben? Mach rechts, leg aus Bett. Schradin, die rechts, die Parma. Sehr schön. So. Wann bist du das machen uns? Das tut ihm alles an. Ne? Wollt ihr den Izabler, ab Vorn ... Wir wollen ihn wir wollen ihn abgeben und wir wollen ihn abschlachten. Nein. ich warte ich gehe ja gleich wieder aber primax hat mich her geführt aber ich weiß den weg nicht zurück und ich wollte ganz kurz rings ringsmann sagen dass ich persönlich witzig ist unter all die hier stehen der witzigste das sage ich euch mal das musst du dir anhören das musst du dir an was soll ich machen ja aber du musst immer mit zimmer weg rennen vor der wahrheit immer weg zabex ich bauen altersheim ja ohne ohne treppen also barrierefrei barrierefrei ist altersheim ja er hat das schon gebaut aber er hat es an eine fucking steil klippe gebaut das alte heim ist zwar barrierefrei aber es ist direkt an einer steil klippe dran wie wenn ein altersheim bewohner mit seinem rollstuhl außer aus der bahn gerät dann stürzt er einfach die steilklippe runter mitsamt seines rollstuhls und ist verstorben wo willst du denn das altersheim baut schradin ja aus dem hügel das baut auf meinem grundstück alles gut nein das ist mein grundstück ja du bist aber primax hat mich hingeführt durch die hölle und ich weiß nicht mehr wie es zurückgeht ich könnte hier ganz schnellen weg beschaffen sofort zurück bis zwei schnitzel ich weiß zwar nicht ob deine alten deine alten zähne das gekaut kriegen warte mal warte mal warte mal wo ist denn das schnitzel jetzt schweinsbraten genau schweinebraten habe ich einfach für dich zubereitet das ist quasi mein magrib in minecraft was ist das macht die ganze zeit so das sind das ist hier als feuerhage es regnet die du musst versuchen das zu fangen nein du musst du musst koko und versuch das zu hitten versuch das zu hitten schradin wie kann ich essen okay aber ja ich also schön war es bei euch warum seid ihr so abgeschieden sag ich jetzt mal warum seid ihr so weil die insel geil ist das ist unsere insel und was ist wenn ich die insel auch haben möchte dann fäng ich tot jedes mal wenn du her kommst dann wirst du hier keinen spaß haben mit dem projekt schradin dann mobben wir dich bis du aufgehst aber oh fuck nein aber so ein huhr und genau deswegen mag dich keiner nein aber alles ist da nein wer hat mich getötet wer hat mich getötet ich weiß nicht nein ich war es nicht du hast den alten erschossen ich weiß nicht nein 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 du bist echt ein assi bist du nein das war wirklich unnötig bro nein schade du warst du warst immer tötet du warst immer tötet du warst immer tötet ja das war zu viel aber warum gibst du deine sachen nie wieder du hast die eben schon umgebracht ich hab doch hier im bett ist das alles was du magst nein aber guck mal da ist die axt gib ihm die axt nein nein gib ihm die axt ich hab doch keine axt ach so hier schradin schradin nimm hier in deine hände hier ist die diamond axt gib ihm die diamond axt er schafft es nicht hier in die klappigen hände hier hier nehmts heb auf gib ihm seinen schneeschieber wieder gib ihm seinen schneeschieber wieder schippe die schippe die spikes den rollator die schippe hier die schippe hier alles eigentlich müsste spark wirklich so ein rollstuhl mod installieren nein die schippe fehlt noch die hat einer im eventar von den burschen hier ey wer hat meine schippe leute ich brauch meine schippe ich hab meine schippe ich hab meine schippe ich hab die schippe nicht ich hab nur eine axt jungs ist das krass schippe schradin schradin ganz ruhig ich hab deine schippe komm doch an was du mir dafür anbietest im tauschhandel das hier ist eine schippe das hier ist eine schippe sie sind in einem außerordentlich schlechten Zustand schlägst mich noch einmal du hast sie mir geklaut gib mir bitte die schippe nein du bist verstorben hast sie weggeschmissen als du zu boden gegangen ich hab sie aufgehoben wir haben jetzt wenn du mir nicht pass auf wir machen es ganz einfach wer schlägt mich denn diese ganze Zeit ich hab mir jetzt so rumgereicht was der arme hänke du asi was ist das für eine scheiße hört auf schrei du Schwinge das neue spiel das war hänke das war hänke das sind freunde ja das sind scheiße hänke